Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Patrick von Powerbox Systems und heute reden wir kurz und knapp über die Mischung durch Servo-Zuordnung. Los geht's! Jetzt kommen wir zu einem Punkt, der das Programmierkonzept unserer Core und Atom ausmacht. Und zwar die Mischung von Funktionen anhand von Zuordnung von Servos. Wir möchten die Querruder beim Landen mit einem Schalter nach oben stellen. Dazu legen wir eine neue Funktion an. Wir nennen diese Crow wie Krähe. Dann ordnen wir einen beliebigen Geber zu. In meinem Fall ist es der Schalter hier. Jetzt gehen wir noch zur Servo-Zuordnung und ordnen in dieser Funktion einfach wieder die beiden Querruder-Servos zu. Wie wir sehen, hat der Schalter schon eine Funktion, wenn auch noch nicht passend. Querruder geht auch noch, genau wie vorne eingestellt. Als erstes müssen wir die Drehrichtung eines der Servos umdrehen. Hier sieht man, das hat keinerlei Auswirkungen auf die Querruder-Funktion. Hier bleibt alles, wie es ist. Allerdings stellen wir jetzt fest, bei vollem Querruder-Ausschlag, ungefahrenem Crow, stößt unser Servo mechanisch an. Dafür setzen wir jetzt die Limits. Und schon kann nichts mehr passieren. Den Weg des Crows reduzieren wir auf 30%. Auch das hat keinen Einfluss auf den Ausschlag des Querruders. Obwohl es die gleichen Servos sind. Jetzt sollte aber der Schalter das Crow nicht nach oben und nach unten schalten, sondern vorne neutral, Mitte halb und hinten ganz gefahren. Man könnte das jetzt mit verschiebenen Servomitten regeln, würde aber die Einstellungen der Querruder kompliziert machen, beziehungsweise alles verstellen. Deswegen machen wir das im Geber. Wir gehen einen Schritt zurück in die Funktionsübersicht und gehen in das Crow Geber Setup. Um das Crow so einzustellen, wie wir das wollen, brauchen wir die Geberkurve. Der Kurveneditor ist hier unten. Weil wir einen Schalter haben, brauchen wir nur drei Punkte. Das wählen wir hier aus. Der linke Punkt passt schon. Das ist der Minus 100% Geberweg. Zusammen mit dem Servoweg von 30% sind das 30% Weg. Das Vorzeichen mal außer Acht gelassen. Wichtig ist das Resultat an den Rudern. Hier in der Mittenstellung des Schalters wollen wir die Hälfte haben. Also bringen wir mit diesem Pfeiltasten den Punkt in die Mitte. Dann tippen wir auf Wert und bringen das Ganze auf die Hälfte, also 50%. Jetzt muss die vordere Schalterstellung noch auf 0% gebracht werden. Wir wählen den rechten Punkt mit dem Pfeiltasten aus und setzen ihn auf 0. Fertig. Wie wir sehen, funktioniert das Querruder wie eingestellt mit den aufgemischten Crawl-Auschlägen. Ich möchte die Funktionsweise der Mischung durch Zuordnung an einem weiteren Beispiel demonstrieren, weil das ein elementares Feature unserer Sender ist. Wir möchten ganz einfach, wenn man Gas gibt, eine kleine Tiefenruderbeimischung haben, zum Beispiel, weil der Sturz nicht ganz passt. Motor, Auspuff, Spinner anpassen, das geht im Sender einfacher. Dazu gehen wir in die Funktionen und wählen hier Gas aus und drücken in der Servoliste auf Plus. Nun fügen wir unser Höhenruder-Servos dazu und sehen auch schon, wenn wir das Gas bewegen, laufen die Höhenruder-Servos schon mit. Auch hier müssen wir eins umholen und den Weg drastisch reduzieren. Wir machen hier mal 5%. Wir sehen jetzt, ein kleiner Höhenruder-Anteil auf der Gas-Funktion ist aufgemischt. Die ursprüngliche Höhenruder-Funktion ist davon nicht beeinflusst. Gerade bei Segelflugmodellen mit 4- oder 6-Klappenflügel, wo Butterfly, Klappen und Querruder einfach per Funktionsdefinition programmiert werden können, sorgt das immer für einen Wow-Effekt, wie einfach das auf unserem Sender ist. Hat euch das Video gefallen? Wie immer. Gerne liken, kommentieren und nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren. Vergesst auch nicht, in unser Support-Forum zu schauen. Hier werden viele Fragen bereits von vornherein beantwortet. Bis dahin, all zwei gute Flügel und bis zum nächsten Video.